Ist die Zulassung für die Ethereum ETFs in den USA die absolute Katastrophe für Bitcoin? Heute gibt es ein Reaction-Video von meiner Seite, wo ich das Ganze einordne. Und zwar ist es ein Video gewesen von Sun & Decree. Einer oder andere kennt ihn sicherlich, hat einen großen YouTube-Kanal. Wir kennen uns nicht, ich habe ihn noch nie getroffen. Logischerweise kenne ich ihn, respektive weiß ich, dass es ihn gibt im Sinne von er ist Schweizer, ich bin Schweizer, die Szene ist nicht mega groß, oder? Und ja, das sollte auch kein Rant irgendwie sein oder so, sondern ich möchte einfach von meiner Seite hier mal meine Meinung dazu geben, weil ich fand wirklich das Video extrem spannend, was er hier mitteilt und so weiter. Das Video hat es mir in die Timeline bei YouTube reingespült und ich habe das dann gelesen. Titel absolut top gemacht, trägt extrem gut und deshalb mache ich ein Reaction-Video hier darauf. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, starten wir also gleich rein. Ich werde es ein bisschen schneller laufen lassen, dass wir hier nicht ein zu langes Reaction-Video hinbekommen. Ähm, genau. So, dann kurz hier mal die Geschwindigkeit noch erhöhen. So, okay, let's go. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen... Ganz einfach, was jetzt gesehen. Kurze Einblendung von Vitalik Buterin, dem Entwickler oder dem Erfinder sozusagen von Ethereum. Ziemlich eine spezielle Persönlichkeit, wie der da gesessen hat und so weiter. Und das hat natürlich Sani hier sehr schön eingespielt am Anfang. ...Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Nein, der Titel und das Thumbnail, die sind nicht übertrieben. Ich persönlich glaube nämlich, dass gestern einer der dunkelsten Tage in der Geschichte von Bitcoin, besser gesagt der Bitcoin-Adoption, darstellt. Und was das genau bedeutet, das erläutere ich im heutigen Video. Genau, dieses Video kam raus, ein Tag nachdem die Ethereum-Spot-ETFs in den USA zugelassen wurden. Auf das bezieht sich Sani hier auch. Und, ähm, ja, ich glaube, er meint es auch, wie er schreibt im Titel. Aber wirklich, Kompliment, guter Titel. Falls euch diese Inhalte trotz des eher negativen Themas gefallen sollten, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Und jetzt würde ich sagen, legen wir gleich los. Ich denke, die meisten von euch werden es bereits mitbekommen haben. Und zwar hat die SEC tatsächlich das grüne Licht gegeben für Ethereum-Spot-ETFs. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wird denn Ethereum jetzt eingeordnet? Es ist zwar noch nicht genau bekannt, wann die Ethereum-ETFs anfangen zu traden. Es braucht da noch Abklärungen und es gibt da noch gewisse Diskussionen, wie das das Ganze ausgeführt wird. Genauso wie das bei den Bitcoin-Spot-ETFs war. Aber man kann eigentlich sagen, zu 99% ist das Ding durch, ja. Genau, also ich habe auch ein Video gemacht, mehr oder weniger kurz danach, noch in der Nacht, als die ETFs durchgelassen wurden. Und da haben mir auch einige geschrieben, ja, das Ding ist noch nicht durch und hier dieser Antrag und Antrag. Ganz ehrlich, Leute, die SEC wird sich nicht zurückziehen. Es dauert noch einen Moment, wie Sani hier das sagt. Man munkelt somit im August, dass die ETFs sozusagen handelbar sind. Und die Ethereum-Spot-ETFs, die werden kommen, wie bereits erwähnt, von der SEC, der Securities and Exchange Commission, ist das grüne Licht jetzt gegeben. Jetzt bevor ich auf die Hauptthematik vom heutigen Video eingehe, warum, dass ich persönlich glaube, dass das ein sehr dunkler Tag ist für Bitcoin, wollen wir uns noch einmal anschauen, warum, dass sich Ethereum so stark von Bitcoin unterscheidet und warum, dass die zwei eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Generell, warum, dass Bitcoin überhaupt nichts mit all den Kryptowährungen, die auf CoinMarketCap gelistet sind, zu tun hat. Bitcoin ist etwas komplett anderes und darüber möchte ich jetzt an der Stelle noch einmal sprechen. Ich möchte nicht, dass ihr glaubt, dass ich den Leuten die Gains nicht gönne. Ich beschwere mich ja auch nicht über die Leute, die in den letzten Monaten mehr Gains mit Nvidia gemacht haben, wie mit Bitcoin. Das ist komplett in Ordnung. Ich selber könnte mich ja auch entscheiden, mein Nettovermögen oder ein Teil meines Nettovermögens, anstatt in Bitcoin, in Ethereum zu investieren. Das ist ein guter Punkt, den ihr hier anspricht. Ich höre immer wieder von Leuten, ja, du bist der Dümmste, wenn du hier noch das kaufst und Meme-Coins und keine Ahnung, was die Leute halt so kaufen. Und ich bin ja absolut auf seiner Linie, ich sage auch, sorry, jeder kann mit seinem Geld machen, was er will, zu missionieren und andere schlecht zu reden oder runter zu putzen, weil sie jetzt halt nicht so investieren, wie du es für richtig hältst oder wie gewisse Leute da draußen es für richtig halten. Sorry, Leute, das ist einfach der falsche Weg. Und das hilft nicht, das kann ich euch sagen, das hilft nicht für die Adaption. Wir haben ja hunderte von Kunden unterstützt dabei und die sind ganz ehrlich, die breite Masse da draußen, die ist neugierig, die will es halt mal verstehen, in riesigen Pro-Contras abschätzen und da sollte man nicht einfach hier einfach raufschießen, dann bist du der Dümmste, wenn du das und das und das machst, sondern du musst nur das und das und das kaufen. Ganz, ganz wichtig, also hier bin ich vollkommen auf seiner Linie. Es werden da ja auch immer noch relativ günstige Einstiegspunkte möglich, wenn wir uns das Ganze anschauen. Klar, Ethereum gegenüber Bitcoin jetzt über die letzten Tage sehr stark performt. Zuerst war der Hype da, also die Vorahnung, das Frontrunning, dass der ETF eben kommt. All die Experten haben die Wahrscheinlichkeiten für die Zulassung hochgeschraubt auf 75%. Wir haben das auch gesehen in einem meiner letzten Videos. Die ganzen Wetten, die abgeschlossen wurden, daraus sind extrem stark hochgegangen, also in Richtung der ETF wird approved für Ethereum. Das Ganze ist dann durchgekommen. Warum, dass wir den Preisanstieg jetzt noch nicht so stark sehen, wie vielleicht erwartet ist, weil die Ethereum-Spot-ETFs eben noch nicht gehandelt werden. Wie gesagt, da braucht es einfach noch Papierkram, der erledigt werden muss, aber das Ding ist eigentlich durch. Aber zum Kurs kann man ganz klar sagen, wenn wir da ein bisschen rauszoomen, naja, gegenüber Bitcoin ist da Ethereum jetzt immer noch nicht so stark unterwegs. Natürlich wieder ein bisschen wettgemacht, aber man könnte hier immer noch umschichten. Trotzdem werde ich das nicht tun, weil ich... Was haben wir hier im Hintergrund, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, hat einen interessanten Chart gezeigt, den ich auch sehr, sehr gerne wieder beobachte. Das ist eigentlich das Verhältnis, man sieht es hier oben leicht, Ethereum gegen Bitcoin, oder? Und da nimmt der Trend einfach ab. Das bedeutet, das ist wie in der Mathematik und der Schule, oder? Zähler, Nenner, wenn der Nenner, und Bitcoin ist im Nenner, im unteren Teil in der Rechnung, wenn der natürlich immer grösser wird, dann wird der Wert hier immer kleiner. Das bedeutet, Bitcoin outperformt Ethereum, oder? Und das ist wirklich ein interessanter Chart, den du auch, wenn du den noch nicht kennst, dieses Verhältnis, ganz, ganz wichtig, wenn du investierst natürlich, um das zu verstehen. Immer noch umschichten. Trotzdem werde ich das nicht tun, weil ich eben Ethereum als etwas komplett anderes als Bitcoin betrachte. Ethereum oder die Ethereum Foundation, das ist ein Softwareunternehmen, welches an einem Projekt arbeitet, was überhaupt nichts mit einem Rohstoff zu tun hat. Und trotzdem wird jetzt eigentlich mit der Zusage der SEC für ein Ethereum Spot ETF, Ethereum eben als Rohstoff deklariert. Genau, das war ja immer so die Diskussion, oder? Was ist jetzt Bitcoin in den USA zuerst? Ist es ein Rohstoff? Ist es eine Aktie sozusagen? Also wie Gold oder wie eine Aktie? Und das gleiche natürlich jetzt auch mit Ethereum. Bei Bitcoin hat man relativ stark die Tendenz gesehen, respektive ging es dann auch dahin, dass man sagt, nee, Bitcoin ist ein Rohstoff, weil Proof of Work, man muss das Ganze meinen und so weiter. Und bei Ethereum ist es effektiv so, seit sie von Proof of Work auf Proof of Stake gewechselt sind letztes Jahr, ist das natürlich eine ganz andere Ausgangssituation. Und ich finde schon auch, die Entscheidung der SEC ist schon extrem spannend, aber das ist gar nicht das Wichtige. Die Frage ist ja, was bedeutet das, wenn jetzt ein Investment als Rohstoff oder als Aktie sozusagen eingestuft wird, als Wertpapier? Es sind einfach unterschiedliche Regeln, die dann herrschen. Regeln, wenn du eine Kryptowährung zum Beispiel rausgeben möchtest in den USA und die wird nicht als Rohstoff wie Gold, Öl und so weiter eingestuft oder eben Tendenz und Bitcoin, sondern sie werden als Wertpapier eingestuft, dann bedeutet das, dass du auch vom ganzen Marketing her, von der Informationspflicht und so weiter und so fort, da gibt es einen ganzen Rattenschwanz an Zusatzauflagen, die du natürlich erfüllen musst. Man sagt auch, härter Regulierung oder eine andere Regulierung da ist und das ist eigentlich immer so die Diskussion. Eigentlich am Schluss, ganz ehrlich, ja, es macht einen Unterschied, aber es ist nicht der, ja, sag ich jetzt mal, der Game Changer, sag ich jetzt mal, wenn du als Commodity eingestuft wirst, als wenn du jetzt als Wertpapier eingestuft wirst. Einfach nochmal so als Einordnung. Och, ich frage euch, welcher Rohstoff hat denn einen zentralen Leader oder eine zentral leitende Foundation, wie die Ethereum Foundation, so wie das Ethereum eben hat? Naja, kein Rohstoff hat das. Oder habt ihr schon mal gehört, dass Gold oder Silber eine Roadmap hat? Also ich nicht. Also wir fangen bei ein paar relativ einfachen Punkten an, wo man einfach die Unterschiede ganz klar sehen kann. Und da möchte ich erstens auf die Dezentralität eingehen. Bitcoin ist halt eben einfach wirklich dezentral. Es ist eine Grassroot-Bewegung. Bitcoin kommt von unten. Bitcoin kommt von wenigen. Bitcoin war nur eine Idee, die im Internet präsentiert wurde von Satoshi Nakamoto. Und die Idee war so großartig, dass ich, das muss man sich noch einmal an der Stelle vorstellen, dass sich freiwillig darum Computerwissenschaftler, Informatiker und so weiter Programmierer darum gesammelt haben und dieses Projekt aufgebaut haben. Und das wurde dann immer mehr. Bei Bitcoin gibt es kein Marketing-Team. Es hat sich alles organisch und freiwillig um Bitcoin herum aufgebaut in dieser Grassroot-Bewegung, weil die Idee von Bitcoin, weil die Idee von diesem freien Geld eben so großartig ist. Im Gegensatz zu Ethereum, da wurde einfach ein Token pre-mint und das Ganze wurde als ICO gelauncht. Also wir haben bei Bitcoin... Genau, also da bin ich auch auf seiner Linie. Und vielleicht hast du nicht ganz verstanden, was er meint mit ICO, pre-mint und so weiter. Also bei Bitcoin, Satoshi Nakamoto ist am Tag 1 gestartet und da gab es keine Bitcoin. 0, 0. Auch er hatte keine. Das heißt, er musste auch zuerst diese minen mit seinem Computer. Bei Ethereum war es effektiv so, ein Anteil der Ether, das ist ja die native Kryptowährung von Ethereum, die wurde vorab erstellt oder ein Teil davon und die wurde dann verkauft, um Geld einzunehmen. Das heißt, da hatten ein paar Insider bereits ihre Taschen sehr, sehr früh füllen können. Und das ist natürlich ein ganz anderes Setup, um zu starten, um zu skalieren, oder? Und das ist einfach etwas, ja, was viele oftmals auch nicht verstehen. Genau in diesem Unterschied Bitcoin, Ethereum. Bitcoin die Bottom-Up-Bewegung und bei Ethereum die Top-Down-Bewegung. Ethereum wurde als Projekt ins Leben gerufen und dann wurden diese Shares, also diese Tokens einfach, verkauft. Mir ist das eigentlich wurscht, wie das das deklariert wird. Theoretisch gesehen ist Ethereum, also der Token, eben eigentlich nicht ein illegales Wertpapier, aber es ist ein Wertpapier, was emittiert wurde und illegalerweise verkauft wird, ohne das zu melden. Aber das ist schon Jahre her und ich glaube auch, das ist einer der Gründe, warum das jetzt so ein bisschen vergessen geht und es wird so dargestellt, oder die Öffentlichkeit oder die SEC oder die Politik meint zumindest, dass halt hier eben auch Ethereum als Rohstoff klassifiziert werden kann, vielleicht weil es eben schon so lange im Umlauf ist. Aber wie gesagt, mir ist das relativ wurscht, wie da der Start war. Ich möchte euch nur einfach noch einmal ganz klar aufzeigen. Bitcoin ist eine Bottom-Up-Bewegung, darum auch die Riesendezentralität. Das Ganze hat sich freiwillig um Bitcoin gebildet, dieses ganze Ökosystem. Und bei Ethereum ist es halt eben einfach top-down. Eine Foundation, Gründer, die den Coin-Pre gemeint haben, das Ganze aus ICO gelauncht haben und so immer weiter verbreitet haben und natürlich auch Marketing betreiben. Und auch mit der Roadmap. Bei Bitcoin gibt es nicht wirklich eine Roadmap. Es gibt das System der Bitcoin-Improvement-Proposals. Ja, die gibt es bei Ethereum natürlich auch. Aber bei Bitcoin gibt es nicht... Bitcoin-Improvement-Proposals sind eigentlich jeder. Du, ich, Sonny, wer auch immer. All die Leute, die können einen Vorschlag machen. Man kann die Obergrenze von den 21 Millionen verdoppeln, weißt du sicher was. Das kann man einbringen und das sind die Bitcoin-Improvement-Proposals. Also respektive werden zu diesen Vorschlägen und über diese werden dann in der Community abgestimmt, darüber diskutiert und so weiter. Ja, und vielleicht dann irgendwann in die Software implementiert. Einfach, dass du den Begriff schon mal besser einordnen kannst. Irgendeine Organisation, irgendeine Foundation, die einen genauen Plan hat für Bitcoin. Und wenn es das mal gibt, so wie bei Bitcoin Cash zum Beispiel, Roger Bear und die ganzen anderen, dann können die zwar eine Roadmap präsentieren, aber die Nutzer, die entscheiden sich dann, die bei Bitcoin Cash halt einfach dagegen, weil diese Roadmap nicht mehr der Idee von Bitcoin entspricht. Weil halt zu viel Kontrolle in das Bitcoin Cash Camp und zu viel Zentralität und so weiter dort halt eben gesehen wurde. Und so hat sich die Grassroot-Bewegung halt eben bei Bitcoin Core weiterentwickelt und der Freiheitsgedanke, der Gedanke der Dezentralität wurde halt eben weitergelebt. Und Bitcoin Cash tradet heute halt einfach irgendwo im Nirgendwo. Und so nimmt das Ganze halt der Lauf der Dinge. Dann Punkt Nummer zwei, warum sich Ethereum extrem stark von Bitcoin unterscheidet und warum das wirklich zwei komplett andere Geschichten sind und warum Bitcoin eben ein Rohstoff ist und Ethereum nicht, ist das Monetary Supply. Also die Geldpolitik, die Geldpolitik, wie viel Supply das überhaupt mal im Umlauf sein wird. Und bei Bitcoin hat sich das nie geändert. Es werden Maximum 21 Millionen sein. Und das wird sich auch nie ändern, außer die Community will das, außer alle wollen das. Aber jeder weiß, es ist im Interesse von Bitcoin, an diesen Grundregeln nichts zu verändern und vor allem keine Hard Forks zu provozieren. Und bei Ethereum, da gibt es immer mal wieder irgendwelche Hard Forks und auch da sehen wir wieder, es kommt eben nicht bottom-up, sondern es kommt top-down. Die Ethereum Foundation entscheidet, wir müssen jetzt umsteigen von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake, um die Transaktionen effizienter und günstiger zu machen, also vor allem energieeffizienter und eben auch günstiger. Günstiger geworden sind sie nicht wirklich. Wir haben es gesehen, gerade wenn man Ethereum-Transaktionen durchführt in irgendwelchen Smart Contracts, wo viel Computational Power dann dahinter steckt, also viele Schritte im Smart Contracts ausgeführt werden müssen, da gab es in den letzten Zyklen Transaktionsgebühren von bis zu 250 Dollar für eine Ethereum-Transaktion und das trotz des Proof-of-Stake-Upgrades mit Ethereum 2.0. Also Ethereum ist nicht fertig, Ethereum ist immer noch nicht skalierbar, trotz all diesen Upgrades, die eben von oben kommen. Da würde ich jetzt eben ganz klar widersprechen. Also Ethereum ist genauso, die Blockchain per se, das Netzwerk per se, ist genauso wenig skalierbar wie Bitcoin. Klar, vollkommen klar, die kann man nicht vergleichen, aber du siehst schon, diese Second-Layer-Lösung ist ein Riesentrend. Also bei Bitcoin Second-Layer-Lösung zum Beispiel das Lightning-Netzwerk, um eben schneller, günstiger Bitcoin zu skalieren. Und das Gleiche sehen wir aber auch bei Ethereum. Und da würde ich ihm ganz klar widersprechen, also da gibt es genügend Beispiele, wie man auf Second-Layer-Lösung bei Ethereum skalieren kann. Ethereum hat das gleiche Problem wie Bitcoin, sie lösen auch über die Second-Layer-Lösung, also da würde ich ihm ganz klar widersprechen. Über die Technik geht es gar nicht, das kann schon sein, dass Ethereum das mal irgendwann einmal löst. Es geht wieder einfach darum, dass hier von oben entschieden wurde, wir gehen jetzt den Weg von Proof-of-Stake und ja, bei Bitcoin gibt es dieses von oben Entscheiden einfach nicht und das zeigt eben, dass wir hier wirklich zwei komplett unterschiedliche Technologien haben, sage ich mal an der Stelle. Dann haben wir Punkt Nummer drei, die Anwendung. Bitcoin wird angewendet als Wertspeicher und das schon sehr lange. Bitcoin wird als Tauschmedium angewendet und bei Ethereum, da fehlen einfach immer noch die Anwendungen. Klar könnt ihr jetzt sagen, naja... Ah, da bin ich jetzt gespannt, was er sagt. Ja, aber es gab schon so viele Anwendungen, das ist richtig, aber welche waren denn erfolgreich? Die Anwendungen waren immer so schlecht, dass das Narrativ immer wieder auch von oben heruntergedrückt wechseln musste, damit man neue Verkaufsargumente hatte. Es hat mal geheißen, Ethereum ist der neue World Computer. Was bedeutet denn das überhaupt? Dann wurden plötzlich... Das war wirklich ein Quatsch. ...die ICOs gelauncht, hatten dann 2017 ihren Höhepunkt, dann war... Das war auch etwas genau, die ICOs, Initial Coin Offering, da konnte jeder sein... Über Nacht seinen Coin entwickeln, nicht mal über Nacht, in 15 Minuten, schöne Webseite, Millionen einsammeln, that's it, oder? Das ist nicht mehr modern und... Das war 2017 ein Riesenhype. Die Leute haben gemerkt, hey, Ethereum ist ja eigentlich nur da, um irgendwelche anderen Shitcoins auf den Markt zu bringen, Shitcoins zu emittieren, irgendwelche Scams, irgendwelche Schneeballsysteme, und so weiter. Dann kamen die NFTs auch komplett abgestürzt, haben die Menschen auch irgendwann verstanden, hey, JPEGs auf der Blockchain, auf Ethereum, das bringt überhaupt nichts, nicht mal auf Bitcoin bringt das etwas, weil ein JPEG bleibt ein JPEG, das kann ich so vielen mal kopieren, wie ich will, und es juckt niemanden, ob das irgendwo auf einer Blockchain noch gehasht ist, oder nicht. Er hat es natürlich schon ein bisschen vereinfacht gesagt, aber ich weiß schon, was er meint. Aber hey, ich komme nachher noch dazu, ich habe da eine Meinung dazu. Von dem her fehlt es auch bei den Anwendungen, und wer jetzt sagt, naja, es gibt so viele Dinge wie Algorithmic Stablecoins, naja, zeig mir... Okay, da müssen wir ein bisschen, ich möchte da ein bisschen Kontra bringen. Warum? Weil es mir wichtig ist, dass man hier einfach noch eine Gesamteinschätzung mitbekommt. Also, ich bin auch ein ganz klarer Bitcoin-Befürworter, also kennst du meinen Kanal, wenn du mich persönlich auch kennst, weisst du, was meine Einstellung ist. Aber wir sehen schon ganz klar bezüglich den Use Cases, habe ich eine klare Meinung. Was wir sehen, die internationalen Payments über die Stablecoins, also dass man international über diese US-Dollar Stablecoins bezahlt, das nimmt schon massiv zu. Also, das ist nicht etwas, was man sagen kann, das ist kein Use Case. Es ist 100%ig ein Use Case. Was ist ein anderes... Also, warum ist es ein Use Case? Auch für mich 100%ig ein Use Case, weil die Leute es nutzen. Jetzt kann man sagen, aber das Ganze kann man auch über Bitcoin machen. Ja, kann man machen, ist auch okay. Aber die Leute nutzen die Stablecoins auf Ethereum für internationale, schnelle Bezahlmöglichkeiten. Ich musste das auch schon mal machen, anderes Thema. Aber das ist für mich ein ganz klarer Use Case. Das wird benutzt. Und wir sehen auch in den USA, dass die Politik sich immer mehr in diese Richtung entwickelt. Die Stablecoins immer positiver sind. Ob das jetzt für das Geld, für die Menschen und so weiter. Auch positiv ist ein anderes Thema. Aber die Leute werden es nutzen und es wird immer grösser. Er spricht hier noch die algorithmischen Stablecoins an. Da möchte ich jetzt nicht ins Detail reingehen, was da genau die Unterschiede sind und so weiter. Ja, da wird jetzt halt momentan viel experimentiert, wie diese Stablecoins genau gebaut werden. Aber da gibt es mittlerweile extrem gute Lösungen. Eines, was einem immer wieder im Hinterkopf ist, ist natürlich dieser Crash von Luna. Terra Luna, wann war das? Anderthalb Jahre, plus minus. Ja, da ist vollkommen abgekackt, dieser Stablecoin. Aber da gibt es mittlerweile ganz andere Möglichkeiten. Und die Leute nutzen es. Die nutzen es einfach. Und dann ist es ein Use Case. Ob einem das gefällt, ob es auf Ethereum ist oder nicht. Aber es ist ein Use Case, wenn es die Leute nutzen. Ein Algorithmic Stablecoin, der noch nicht gefehlt ist. Terra Luna zum Beispiel, sehr gutes Beispiel, oder DUSD und so weiter. Also all diese Algorithmic Stablecoins, die funktionieren irgendwie auch nicht. Und wenn sie eben Non-Algorithmic Stablecoins sind, dann hat man ja wieder zentrale Entitäten dahinter, die das Ganze rebalancen müssen, die die Assets, die Deckung garantieren müssen. Dann hat man wieder eine zentrale Abhängigkeit. Also auch da merken wir, diese ganzen DeFi, Smart Contracts, Anwendungsbereiche, das waren oder das sind lustige Spielereien. Und ich habe da auch sehr viel mitgemacht, auch im Gamify-Bereich und so weiter. Aber Leute, wir sind jetzt seit neun Jahren dabei bei Ethereum. Und wo gibt es wirklich in der realen Welt Anwendungen, wo irgendjemand sagt, hey, zum guten Glück gibt es jetzt für diesen Anwendungsfall Ethereum, denn das wäre so sonst nicht möglich gewesen. Ja, genau. Das ist jetzt immer so die zentrale Frage. Was ist ein guter Use Case und was ist ein schlechter Use Case? Das ist genau das gleiche Thema, wie ich auch immer wieder sage, wenn mich Leute darauf ansprechen, mit dem Stromverbrauch. Bitcoin ist eine Umweltsau, oder? Dann sage ich auch, was ist ein guter oder schlechter Stromverbrauch? Ist jetzt ein Tesla-Laden ein guter oder schlechter Stromverbrauch? Ist jetzt Weihnachtsbeleuchtung guter oder schlechter Energieverbrauch? Keine Ahnung. Das ist subjektiv. Und wenn Leute Ethereum nutzen für, was weiß ich was, internationale Bezahlung, wie gesagt, über Stablecoins, oder auch zum Beispiel, um Leverage zu betreiben, dann ist es ein Use Case. Ob ich, ob du, ob jemand anders Leverage gut findet oder nicht, scheiß drauf, ganz ehrlich. Es ist nicht unsere, wie soll ich sagen, wir können nicht hinstehen und sagen, wir haben Recht. Du hast Unrecht. Das, was du machst, ist scheiße. Solange die Leute, nicht andere Leute, über den Tisch ziehen, oder, wie soll ich sagen, den anderen Leuten etwas Schlimmes oder Schlechtes zuführen, du weißt, was ich meine, sondern die machen mit ihrem Geld selber, was sie wollen, dann ist es doch scheißegal, dass die Leute halt NFTs kaufen, Leverage betreiben und das Ganze läuft halt alles auf Ethereum. Das ist das, was mich Bitcoin zum Beispiel auch gelehrt hat. Ich kann tun und lassen mit meinem Geld, was ich will. Du kannst tun und lassen mit deinem Geld, was du willst. Ob du dann deine Finger verbrennst oder ein schlechtes Investment machst oder weißt was ich was, ist mir doch egal, solange es dein Geld ist und du dann nicht andere Leute in den Dreck damit ziehst. Das ist super wichtig und deshalb ist es schwierig, aus meiner Sicht zu definieren, was ist ein guter oder schlechter Use Case. Die gibt es einfach nicht. Bei Bitcoin gibt es die. Wertspeicher, Kaufkraft in die Zukunft transportieren, begrenztes Asset, eben die Geldpolitik, die ich angesprochen habe, die in der Zukunft immer klar ist, Inflationsschutz und so weiter. All diese großartigen Dinge, diese Innovationen von diesem digital ultimativ begrenzten Rohstoff, der schwer ist herzustellen, der eben nicht einfach inflationiert werden kann und bei Ethereum, naja, da ist die Geldpolitik einfach irgendwie. Wir haben ja jetzt diese Webseite hier, Ultrasound Money und ihr merkt schon, die Inflation von Ethereum, die macht einfach irgendetwas. Aktuell deflationär, das spricht wieder natürlich für Ethereum, aber aktuell hängt es davon ab, wie stark das Netzwerk benutzt wird, wie viele Coins neu zum Netzwerk dazukommen. Aber wer weiß, wenn die Ethereum Foundation morgen entscheidet, dass jetzt die Geldpolitik doch wieder anders aussehen muss, dann sieht es ja dann einfach in einem Jahr wieder anders aus. Das ist ein guter Punkt, den ihr hier ansprecht, und zwar, dass eben Ethereum keine fixe Obergrenze hat, wie Bitcoin, und tendenziell momentan deflationär ist, das heißt, es werden mehr Ether verbrannt, sozusagen verschwinden, aus dem Angebot als neu dazukommen. Und das macht es aber auch so schwierig, Ethereum als Asset einzuschätzen, was natürlich gegenüber Bitcoin ein bisschen einfacher ist. Da weisst du genau, so viel gibt es, so viel sind auf dem Markt, bei Ethereum weisst du das nicht. Das ist einfach noch so eine andere Sichtweise aus der Investmentperspektive. Ihr habt hier keine Garantie, wie das die Geldpolitik von Ethereum in zehn Jahren aussehen soll. Auch da merkt man schon, wir haben einfach bei Bitcoin wirklich diese Statik, diese Garantie, diese Sicherheit, und die gibt es bei Ethereum einfach nicht. So, und dann natürlich noch der allerletzte Punkt, ist halt einfach, wenn ihr Vitalik und seinem Team vertrauen wollt, weil Vitalik einfach mal es nicht cool gefunden hat, dass seine Klasse in World of Warcraft genervt wurde, und das einfach so von Blizzard durchgeführt werden konnte, und sich dann eben entschieden hat, das Ethereum-Netzwerk zu gründen, um solche Dinge zu verhindern, was ja bis heute immer noch nicht der Fall ist, wenn ihr dieser Story Glauben schenken wollt, dann könnt ihr das tun, das ist komplett in Ordnung, und vielleicht kommen bei Ethereum ja auch noch interessante Anwendungsbereiche, die wir jetzt noch nicht sehen, aber nichtsdestotrotz ist Ethereum kein Rohstoff. Wenn Ethereum an die Wall Street gehört, was für mich auch komplett in Ordnung ist, dann nicht in Form eines ETFs mit nur einem Asset, was es so darstellen lässt, als wäre es eben ein Rohstoff, sondern dann sollte die Ethereum Foundation einfach ganz normal an die Börse mit einer Aktie. Wie das dann mit dem Token abgebildet wird, das weiß ich nicht, aber nicht so wie Bitcoin, weil noch einmal, und da komme ich nachher dazu, warum das sehr problematisch ist, das lässt eben einfach Bitcoin und Ethereum so ein bisschen gleich ausschauen, was überhaupt nicht der Fall ist. Ja, und das bringt mich zu dem eigentlichen... Ja, aber das gleich ausschauen, ganz ehrlich, man kann nicht jede Person, es gibt doch so ein Spichwort, oder? Du kannst das Tier zum Wasser bringen, aber saufen muss es selber, irgendwie sowas, oder du weißt, was ich meine? Und ganz ehrlich, wir müssen nicht jede Person überzeugen und verstehen bis ins letzte Detail, wenn die Leute nicht verstehen wollen, dann verstehen sie es halt nicht. Und ob jetzt diese ETFs da sind und ob dann die Leute das gleich vergleichen, weil sie kein Wissen haben, ganz ehrlich, kann aus meiner Sicht eigentlich uns scheißegal sein. Warum ist das ein düsterer Tag für Bitcoin und warum bin ich da sehr enttäuscht? Ich kriege auf Twitter aktuell ein bisschen Backlash, weil ich eben genau das gepostet habe, dass für mich das sehr enttäuschend ist und vielleicht sogar ein Punkt, wo ich sagen muss, vielleicht muss ich sogar ein bisschen zurücktreten, weil offensichtlich will die Menschheit nicht verstehen, was das Bitcoin ist. Die große Problematik dabei ist die folgende. Das ist ein guter Punkt. Wie gesagt, ich sage unseren Kunden immer wieder, missionieren sollen. Es bringt nichts zu missionieren. Wie gesagt, ich kenne jetzt seine Inhalte nicht im Detail, was er alles macht und so weiter, wie er genau drauf ist als Person und so weiter. Das spielt auch überhaupt keine Rolle. Aber ganz, ganz wichtiges, wichtiges Mindset habe ich früher auch gemacht. Ich habe auch gedacht, ich muss alle Personen zu ihrem Glück bringen mit Bitcoin und so weiter. Das ist ein Heeres Ziel, aufzuklären und so weiter. Aber irgendwann wird es halt missionieren und missionieren ist nie gut. Einfach so mal von meiner Erfahrung heraus erzählen. Ich versuche hier seit Jahren den Leuten zu erklären, es gibt Bitcoin und es gibt Krypto. Und Bitcoin gehört nicht in diesen generellen Kryptotopf. Bitcoin ist nicht die Nummer 1 Kryptowährung sozusagen. Bitcoin ist Bitcoin. Und alles andere ist einfach irgendetwas. Was das genau ist, ob das gut ist oder schlecht ist, das spielt gar nicht so eine große Rolle. Ihr wisst es, ich bin kein Freund von Alcoins, obwohl ich natürlich auch in Alcoins investieren könnte, wenn ich das wollen würde. Aber ich sehe dort einfach kein Potenzial oder sehr, sehr, sehr wenig Potenzial, weil in den letzten 10 Jahren bei den Alcoins einfach nie irgendetwas wirklich bahnbrechendes geliefert wurde. Und die Problematik dabei ist jetzt, für die große Masse ist es ja jetzt schon sehr schwer, Bitcoin zu verstehen. Sie tun sich wirklich schwer, Bitcoin zu verstehen. Und wenn wir jetzt plötzlich an der Wall Street oder bei BlackRock nicht nur den Bitcoin-Spot-ETF haben, sondern eben auch noch den Ethereum-Spot-ETF, dann können sich die Leute fragen, ja, aber wann kommt dann der Solana-ETF? Wann kommt dann der Pepecoin oder der Dogwith-Hat-ETF? Wann kommen denn die? Das sind ja auch Kryptowährungen. Und das ist ja auch eine großartige Innovation. Also ich finde es an der Stelle wirklich katastrophal. Und ja, dieses Wort ist nicht übertrieben. Ich finde es katastrophal, dass der breiten Masse mit diesem Move jetzt verkauft wird, dass Ethereum in irgendeiner Weise auf der gleichen Stufe steht. Also ich finde überhaupt nicht, dass es so verkauft wird, dass es auf der gleichen Stufe steht. Und nochmals, wenn die Leute das nicht verstehen wollen, in was sie investieren, wenn jemand blind investiert und sagt, Ethereum ist gleich wie Bitcoin, ja, sorry, dann ist es einfach dumm von dieser Person. Wenn ich in ein Haus investiere, das einfach komplett Schwachsinn ist, die Lage ist Schwachsinn, ich bezahle viel zu viel, ist es dann mein Problem, oder? Und nicht dem Verkäufer oder dem Anbieter oder dem Immobilienmarkt. Nein, es ist mein Problem. Und das müssen die Leute lernen. Finanzielle Verantwortung übernehmen, für was sie kaufen, in was sie investieren. Der Solana ETF wird wahrscheinlich kommen und der Ripple ETF, die werden alle kommen. Aber ganz ehrlich, Leute, der Markt wird das regeln. Ob die Leute dann wirklich in diese ETFs investieren, ja, dann sollen sie es tun. Ist deren Geld. Wenn sie damit Gewinn erzielen, ja, schön. Wenn sie ihre Finger verbrennen, haben sie ihre Lektion gelernt. Aber die Leute sollten aus meiner Sicht, und das ist etwas, wo man ein bisschen Luft rauslassen könnte, einfach wieder mal selber denken. Selber entscheiden. Und nicht, dass sie an die Hand genommen werden, wie wir heutzutage von der Politik und allen an die Hand genommen werden. Und das musst du machen, und das musst du machen, und wehe, was geht schief, dann schreit man nach dem Staat, und weiss ich was alles. Nein, das ist die finanzielle Verantwortung, dass jeder selber sich informiert, Wissen aufbaut, und dementsprechend auch sein Geld investiert. Also für mich ist das überhaupt kein Problem, und ich sehe das überhaupt nicht, dass Ethereum mit Bitcoin auf die gleiche Stufe gestellt wird. Wie Bitcoin. Und das ist überhaupt gar nicht der Fall. Und noch einmal, die Leute haben jetzt schon Mühe, Bitcoin zu verstehen, und die Innovation, der Paradigmenwechsel, der Bitcoin bringt, zu verstehen, dass man seine eigene Bank sein kann, Finanztransaktionen, digital, ohne Intermediäre, und so weiter, da haben sie schon Mühe, das zu verstehen, und das Bitcoin eben diese Einzigartigkeit, wirklich diese neue Erfindung, oder Entdeckung, dieses digitalen Rohstoffes, welcher so viel Kraft hat, welcher einem so viel Macht, so viel Freiheit zurückgeben kann, und jetzt wird das einfach vermengt mit anderen Kryptowährungen, weil wenn der Ethereum Spot ETF jetzt tatsächlich live geht und tradet, dann wird es nicht lange dauern, und dann kommen diverse Applikationen für weitere Kryptowährungen, und dann haben wir den ganzen Kryptosalat, den wir 2017 schon hatten, und 2021, nicht so stark wie 2017, aber auch hatten, dann haben wir das Ganze noch einmal, aber dieses Mal auf dem Level der Wall Street, Ja, aber nochmals, wie gesagt, ich bin ganz klar in diesem Camp, wenn du dir die Finger verbrennst, dann verbrennst du dir die Finger, wenn du zu blöd bist, dich zu informieren, die Unterschiede zu verstehen, in was du investierst, weil einfach ein Krypto-Influencer, der sagt, du musst jetzt diesen Solana ETF dann kaufen, ja sorry, sorry, ganz ehrlich Leute, das ist nicht unser Problem. Was ich euch dann garantieren kann, ist, dann bin ich mit Bitcoin oder Kryptokritikern generell dann einig, dann wird das die grösste Bubble in der Geschichte der Menschheit werden, und es wird soweit kommen, ich hoffe einfach wirklich an der Stelle noch zum Schutz der Menschheit, zum Schutz von ganz vielen, die Bitcoin noch nicht verstanden haben, dass das nicht passiert. Ich glaube, zehn Tage lang gibt es noch so eine Einspruchsfrist, die könnte vielleicht hier an der Stelle noch irgendetwas bewirken, aber ich glaube, wie gesagt, zu 99%iger Wahrscheinlichkeit der Ethereum-Spot ETF wird kommen, und mit, ich würde sagen, 75%iger Wahrscheinlichkeit werden wir innerhalb der nächsten zwei Jahre auch noch weitere Krypto-ETFs an der Wall Street haben, da wird Kapital reinfließen, weil es gibt halt diesen Legitimitätsstempel drauf, wenn die SEC das sozusagen befürwortet und vielleicht andere Kryptowährungen auch als Rohstoff abstempelt, was sie nicht sind, weil sie halt einfach Erfindungen sind, Wertpapiere von Softwareunternehmen, die eine Idee haben und die verfolgen wollen, und das ist sehr katastrophal, nicht für die fundamentalen Eigenschaften von Bitcoin, sondern für die Menschen da draußen zu verstehen, was das Bitcoin ist. Es wird um ein Vielfaches schwieriger mit diesem Move, Ethereum auf die gleiche Stufe von Bitcoin zu stellen für Neulinge, Bitcoin zu verstehen, und ihr werdet es merken, ihr werdet es merken bei den Diskussionen mit Neulingen in der Zukunft, Ethereum wird wieder Aufwind kriegen, die werden sagen, ja, aber warum Bitcoin, wenn ich Ethereum haben kann, der ist günstiger, der kann viel mehr, der ist schneller, oder was auch immer, all diese Argumente, die wir 2017 schon hatten, die werden alle noch einmal kommen und das sehe ich persönlich als sehr, sehr, sehr problematisch. Bitcoin wird seinen Weg machen, langfristig gesehen wird das Bitcoin nicht interessieren, aber mit diesem Move wurde die Bitcoin-Adoption in meinen Augen noch einmal massiv verzögert und noch einmal massiv nach hinten geschraubt. Also mittlerweile... Das sehe ich überhaupt nicht so. Also ich habe es schon oftmals jetzt erwähnt, warum ich es nicht so sehe und ganz ehrlich, ja, wir werden es sehen, das ist jetzt natürlich seine subjektive Meinung, die akzeptieren man auch logischerweise, wir werden es sehen, aber, ja, meine Meinung habt ihr dazu gehört und ich glaube auch, wenn Bitcoin das nicht überstehen würde, da pflichte ich ihm auch bei, er sagt, Bitcoin wird das überleben, langfristig logischerweise, wird gar keinen Unterschied machen, Bitcoin interessiert es nicht, sehe ich auch so, aber wenn jetzt Bitcoin hier vom Feld gefegt werden würde, aus welchem Grund auch immer, ja, dann hat Bitcoin, sorry, keine Daseinsberechtigung. Der Markt entscheidet und wenn du in der freien Wildbahn nicht bestehen kannst, ja, vielleicht ist dann halt die Bevölkerung nicht so weit, keine Ahnung, was denn das Argument ist, wir wissen es nicht, aber, ich sage immer, das ist das Ingenieursthema auch, wenn du ein Problem hast und du hast die richtige Technologie dafür, dann wird sich die Technologie durchsetzen und ich bin auch felsenfester überzeugt, wie er, dass Bitcoin das logischerweise schaffen wird, ob jetzt diese ETFs da sind, Solana, Ripple, wie sie alle heißen. Mittlerweile bin ich fast zu 100% davon überzeugt, dass ich persönlich die Hyper-Bitcoinization von Bitcoin, so wie viele das Endspiel von Bitcoin nennen, dass ich persönlich die zu meiner Lebzeit nicht mehr erleben werde und wie gesagt, dieser Move hat natürlich diese Wahrscheinlichkeit noch einmal extrem stark angehoben. So, jetzt sind wir aber schon fast am Ende dieses Videos, es tut mir leid, dass ich euch da heute nichts Positives bringen kann, aber ich musste das Ganze wirklich einfach an der Stelle loswerden. Gerne bin ich natürlich auf eure Kommentare gespannt. Was haltet ihr von dem Ganzen? Findet ihr das ebenfalls ein sehr düsterer Tag für die Adoption von Bitcoin, für das Verständnis von No-Coinern für Bitcoin in der Zukunft? Was haltet ihr von der ganzen Geschichte oder denkt ihr, es gibt im letzten Moment noch eine Kehrtwende und Gary Gensler schafft das noch irgendwie? Ja, ich glaube, da können wir jetzt hier stoppen. Ja, so zusammengefasst, ich finde seine Meinung extrem spannend. Wie gesagt, ich teile einiges nicht mit ihm im Sinne von, dass es keine Use Cases gibt, weil er definiert nicht, ich definiere nicht, was ein guter Use Case ist, sondern der Markt, die Leute sagen, was ein Use Case ist, ob der jetzt gut ist oder nicht. Ob er mir gefällt oder ihm gefällt oder dir gefällt, ist ein anderes Thema. Und die Adoption glaube ich nicht, dass Bitcoin darunter leiden wird. Es gibt viel, viel mehr Aufmerksamkeit für die Gesamtbranche, mehr Aufmerksamkeit bedeutet mehr Kapital, bedeutet auch mehr Aufmerksamkeit, dass die Leute sich mit dem Thema beschäftigen. Ja, die einen werden sich wieder die Finger verbrennen, wie 2017, ist vollkommen klar, aber ja, wir können nicht jede Person auf dieser Welt sozusagen retten. Es bringt auch nochmal, und das ist der letzte Punkt, nichts zu missionieren. Du kannst aber gerne auch in den Kommentaren sagen, wie du das siehst, ob du hier mehr sagst. Hey Mark, du hast keinen Plan, was du hier sagst. Ich bin sehr, sehr gespannt. Tausche mich gerne aus mit euch in den Kommentaren. Lass es mich wissen. Und wenn du noch kein Abo hinterlassen hast, abonniere doch meinen Kanal. Findest immer wieder mehr und sehr, sehr spannende Informationen rund um das Thema der Kryptowährung. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.